Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt, naja, nur ein kleines Mini-Projekt und zwar zu Minecraft Lucky Block. Minecraft Lucky Block ist so, wir haben ja ein Spinning-System, wo wir einen dieser Thron bekommen. Entweder bekommen wir nämlich die Very Lucky Tour, ja genau, Trill, das Englisch, es kommt vorbei und schreit, Hilfe, komm, nehm ich mit. Okay, dann gibt's noch die All-Lucky Lucky Blocks, das sind die Bösen, die davor, die ich genannt habe, sind die guten Lucky Blocks und bei vielen, das sind nicht böse, also da habe ich richtig All-Luck, sozusagen richtig schlechte Chancen zu gewinnen, denn am Ende kommt noch ein Endgegner und das ist das Gerüst, wo wir die Lucky Blocks drauf aufmachen. Und dann gibt's noch die Nummer 1. Nicht wohl, aber nicht manchmal ein bisschen nuschle. Äh, ich hab grad eine Tatspanne. Ja. Okay, dann wollen wir mal. Wir haben die mittlere Tour, oder? Ja. Es gibt übrigens zwar, es gibt eine Ann-Lucky-Mittre-Tour, und die Very Lucky-Mittre-Mittre-Tour, das sind zwar nur Lack-Null-Blöcke, aber es geht. Okay, dann wollen wir mal. Ui, gleich nehm unten. Oh, okay. Ja, gut, das hat schon mal, ist schon mal nicht so gut gelaufen. Okay. Wo sind wir jetzt gespohrt? Das ist nicht so gut gelaufen. Ah. Jetzt seht ihr mal, wie viel Lack ich habe. Das ist übrigens voll der gute Trick, wenn man nicht sterben will bei dem Ding hier. Aber da muss man ja mal jeden Körper haben. Wirklich. Weißt du, was ich brauche? Es ist einfach mal ein Bogen. Ich werde jetzt einfach mal ein Bogen verschwinden. Es geht schneller. Ich muss den Lucky-Block übrigens, den ich gerade geplaced habe, noch mal abbauen. Das ist pflichtig. Ich muss alle Lucky-Blocks abbauen. Mit den Sachen, die ich aus den Lucky-Blocks bekommen habe. Weißt du was? Ich mache den später auch. Ich hoffe schon, irgendetwas, irgendwas nützliches. Ich meine, wenn ich mit einem heutigen Schwerke gegen einen Gegner ankommen darf. Wow. Seht ihr meine Motivation, diese Serie weiterzumachen? Aber ich werde es mal machen, weil sowas mit Lucky-Blocks macht mir schon Spaß. Komm, wir bauen das jetzt ab. Äh, nach oben. Ich brauche die nicht ganz ehrlich. Ich denke mal, das wird wieder eine lange Folge. Oh, 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 oh. Ja, das brauche ich noch feiner. Oh. Shit. Shit, 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 shit. Okay, ich stelle kurz mal auf Difficulty 0. Und versuch und wreck. Komm schon, komm schon. Bitte. Oh, das war knapp. Nein, we wish it came true. Ja, endlich mal. Okay, die sind ganz gut. Okay, jetzt muss ich mich heulen. Ich habe mich mal. Oh, ich hätte schwer, jetzt muss ich mich heulen. Wow. Jetzt will ich mir was machen. Ich habe den Digabit. Okay, 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 ich habe den Digabit. Ich habe mal ein Digabit. Das ist schon mal gut. Ich muss... Oh, shit, ich habe aber nicht gern. Nee. Und da darf ich jetzt ausmachen, weil ich wusste, ich muss die aufmachen und das würde unlocken. Boah. Das tut weh. Guck dir meine Ausrüstung an. Ich habe keine Rüstung. Ich habe ein paar Trinkel, habe ein Schwert und keine Pfeile für den Buch. Boah. Aber ich kann ja wenigstens nochmal die Kuh platt machen. Das bringt mir auch nicht mehr so viel. Komm. Mop, mop. Komm. Bisschen Leder. Bringt mir aber auch nichts, weil es sind nicht zwei. Es sind nur zwei, meine ich. Ich brauche nochmal ein bisschen mehr. Dann werde ich jetzt mal den Gegner holen. Und wir... Und... Ja. Hey Leute. Da sind wir mal wir. Jetzt nicht mehr. Sonst sind die immer groß. Ja, dann mache ich mich kurz mal Game Mode. Ich weiß, das ist die beste Stadt, aber wir wollen gegen den Eingangs. So, wir wollen mich... Wir kennen nämlich nach und nach gegen ganz verschiedene Drachen in dem Projekt. Und... Ja. Uiuiui. Du können precis schreit. Du kochst schreit. Sie ist gar nicht aggressiv. Die haben mega die Schuhe. Und... jetzt hätte ich einmal Schaden gemacht jetzt erwische ich ihn und Pau und renn und Pau und Paderbang und platt mache ich dich platt mache ich dich es gibt ja und wir haben wir wollen und ich hoffe euch hat dieser Pack gefallen äh von Lucky Block in dieser Welt die jetzt schon sofort zersprengt ist werden wir nächstes Mal weiterspielen nächstes Mal steht ihr wieder also viel Spaß wieder beim nächsten Mal mit Lucky Blocks wo und Untertitelung des ZDF, 2020